Jolan Chu und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis. Und heute fange ich mit einer kleinen Serie an, die gar nicht mal so klein ist, weil es so viele davon gibt. Ich werde nämlich auf dem Kanal auch jeden einzelnen Offizier mal vorstellen. Das mache ich auf meinem englischen Kanal genauso. Und hier werde ich heute damit anfangen, das in alphabetischer Reihenfolge zu machen. Ich habe ja schon zwei Offiziere vorgezogen, nämlich Trip Tucker und T'Pol. Das ist aber, weil die nagelneu sind und natürlich die Leute auch wissen wollen, was kann ich mit den neuen Offizieren tun. Das heißt, wenn in den Storys, auch nächsten Monat wird es so sein, dass es sicherlich neue Enterprise-Offiziere gibt, die werde ich dann vorziehen. Aber generell werde ich in alphabetischer Reihenfolge hier jeden einzelnen Offizier auf dem Kanal auf Dauer vorstellen, weil ich will ja auch so ein kleines Basisprogramm haben für Leute, die später in das Spiel dann mal einsteigen. Das heißt, sowohl für die Schiffe als auch für die Offiziere wird es am Ende jeweils ein Video geben, damit man genau weiß, dieses Schiff bekomme ich dann, das kann ich damit machen und das gilt eben auch für die Offiziere. Und da fange ich heute mit Offizier 0718 an oder in kurz nur 0718. Er ist ein ungewöhnlicher Offizier und bei den Offizieren gibt es immer so einen Informationsbutton. Da gibt es da eine Klasse, eine Gruppe und eine Fraktion und die ist auch ganz wichtig. Er ist Klasse Forschung, er ist Gruppe Hilfssteuerung und Fraktion Föderation. Aber warum ist das wichtig? Die Klasse Forschung sagt mir, wenn ich ihn später upgraden will, was für eine Art von Abzeichen muss ich dafür einsetzen? Das ist so die generelle Rekrutierung, da muss ich auch noch ein Video drüber machen, was diese Abzeichen und so bedeuten. Aber das wird bestimmt durch die Klasse. Dann die Gruppe Hilfssteuerung, da wird bestimmt, wie zum Beispiel Synergien funktionieren können auf der Brücke. Du hast vielleicht mein Video zu PMC schon gesehen und da gibt es ja diese Synergie und das hat mit dieser Gruppe zu tun. Und die Fraktion Föderation spielt auch wieder eine Rolle fürs Upgraden der Offiziere. Das sagt dir nämlich, was für eine Art von Krediten du brauchst, die du bezahlen musst ab einem gewissen Punkt, um diese Offiziere abzugraden. Reden wir aber erstmal über seine Fähigkeiten. Er hat eine Captainsfähigkeit und er hat eine Offiziersfähigkeit. Er hat keine Unterdecksfähigkeit, die gab es noch gar nicht, als der Offizier eingeführt wurde. Deswegen ist klar, nur Captain und Offizier. Und die Captainsfähigkeit oder das Manöver des Captains, wie sie es auf Deutsch nennen, ist Stationsexpertise. Und Siemens Acht erhöht die kritische Trefferchance um 4% bei der Verteidigung der Station, wenn er Kapitän eines der Schiffe ist. Denn diese Manöver des Captains funktionieren ja nur, wenn er auch der Captain ist. Und die Computerpräzision ist eine Offiziersfähigkeit. Dafür muss er nur auf der Brücke sein. 718 erhöht die Verteidigung aller Offiziere auf dem Schiff um 15%. Und das klingt jetzt nicht besonders viel, aber du wirst 718 relativ früh im Spiel haben, weil du das über diese normale Premium Recruits Nummer bekommen kannst. Und also Teile für ihn. Und der braucht eben als ungewöhnlicher Offizier nicht so viele. Und deswegen wirst du ihn relativ früh haben. Das heißt, wenn dein Server schon früh in Incursions reinkommt, also diese, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Sorry, das liegt daran, wenn ich immer auf Englisch spiele, dass mir manchmal die deutschen Wörter da fehlen. Die Incursion ist ja, wenn ein anderer Server gegen euch kämpft als Server und ihr dann auf den anderen Server gehen könnt oder die auf euren kommen und ihr kämpft dann da. Und da geht es ja viel um Stationsverteidigung, Stationsplünderung. Und 718 ist halt ein Offizier, den du sehr früh hast, um eingesetzt zu werden, wenn du deine Station verteidigen musst. Natürlich kann man einfach den Schild hochziehen, aber manchmal greifst du ja selber gerade irgendwo an, dann wird deine Station angegriffen. Und da kann er schon hilfreich sein. Wobei natürlich die Computerpräzision eben nicht nur für die Station ist, der ist generell dann eben im Kampf sowohl gegen andere Feinde, gegen Armadas und gegen andere Spieler einsetzbar. Nur eben seine Captainsfähigkeit ist halt nur für Stationsverteidigung. Aber, wie gesagt, die Offizierfähigkeit früh im Spiel ist auch wichtig. Als ungewöhnlicher Offizier hat er aber nur eine Außenteamfähigkeit oder Eigenschaft. Die Ungewöhnlichen haben eine, die Seltenen haben zwei und die Epischen haben drei. Und wie du siehst, habe ich das hier schon freigeschaltet bei ihm und zwar bis zum Maximum. Weil an der Stelle, wo ich in dem Spiel bin, setze ich ihn natürlich nicht mehr auf Schiffen ein. Da gibt es dann bessere Offiziere, seien es die Orkmans oder andere bei der Stationsverteidigung, wenn man das mal machen muss. Ich benutze dann aber normalerweise Spieler-gegen-Spieler-Offiziere mittlerweile. Aber es gibt auch bei den Orkmans, wie gesagt, Stationsoffiziere und so weiter. Aber ich benutze ihn relativ häufig dann eben für Außenteammissionen. Und die muss man ja immer freischalten und die muss man auch upgraden. Aber da habe ich ihn eben aufs Maximum gebracht, weil ich ihn da öfter hinschicke und er ist Wissenschaftler. Wissenschaftler braucht man relativ häufig. Und andere Wissenschaftler, die es gibt, sind oft Wissenschaftler, die man für bestimmte Zwecke halt eben auf der Brücke des Schiffes noch braucht. Auch bei höheren Levels später. Und da kommt es dann, oder ist es sehr praktisch, dass es auch sieben mal ins Acht noch gibt, den man dann gut auf Außenteammissionen schicken kann, wo ein Wissenschaftler gebraucht wird. Und das mache ich eben regelmäßig. Ein wichtiger Punkt bei Videos zu offizieren ist, genauso wie bei allen anderen Videos, ich will wirklich nur die wichtige Informationen rüberbringen, die du gesucht hast, wenn du was über einen bestimmten Offizier hier wissen willst. Und das heißt im Fall der Offiziere, dass die Videos normalerweise relativ kurz sind, weil die Übersicht für die meisten Offiziere natürlich relativ klar ist. Natürlich kann das jeder auch selber nachlesen und so weiter. Aber es gibt so einen Spruch auf Englisch, der heißt TLDR, too long don't read. Also nicht jeder hat Lust immer alles zu lesen, sondern hört es lieber mal. Deswegen mache ich halt die Videos, weil es kann ja alles jeder selbst lesen. Aber ich mache das als Videos, damit du es mal gehört hast. Und dadurch werden die relativ kurz, denn ich werde die nicht unnötig in die Länge ziehen. Jetzt beim ersten erkläre ich das ein bisschen länger. Aber das werde ich in den nächsten Videos nicht tun. Das heißt, die Offiziervideos werden in den meisten Fällen, außer Offiziere spielen eine besonders wichtige Rolle, zum Beispiel für mich in dem Spiel, relativ kurze Videos, damit du kurz und knackig diese Informationen hast. Aber das ist halt was Generelles, was ich mache. Die Videos werden so lang, wie sie sein müssen, aber auch so kurz, wie sie sein können. Und daher immer, wenn die Offiziervideos kommen, weißt du schon, da kriegst du in Kürze deine Informationen und hast dann wieder viel Zeit zum Spielen oder natürlich ein weiteres Video von mir anzuschauen. Wenn ihr aber zu den Offizieren was zu ergänzen habt, du weißt ja, du kannst immer einen Kommentar dalassen, wenn du was zu ergänzen hast zu meinen Videos, zum Beispiel, wie du diesen Offizier einsetzt, der gerade dran ist, wie in dem Fall jetzt sieben als acht. Oder wenn du Fragen hast oder Video-Wünsche, mittlerweile wird man schon mitbekommen haben, ich versuche alle Fragen zu beantworten, ich versuche Video-Wünsche zu erfüllen. Ich habe eine riesenlange Liste an Videos, aber da kann ich natürlich welche vorziehen, wenn du die gerade jetzt ein bestimmtes Video brauchst. Aber auch wenn du just, da sind wir wieder, ich habe auch wieder Englisch gesprochen vor ein paar Minuten, wenn du einfach nur Hallo sagen willst und aus welcher Stadt du kommst. Ich bin halt eine ziemlich neugierige Type und weiß gerne, wo meine Zuschauer herkommen, abseits von dem, was man so in offizieller Statistik dann auf YouTube bekommt. Dann freue ich mich wirklich über jeden Kommentar. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen möchtest, YouTube hat eins für dich rausgesucht und in den Endscreen gepackt. Ich sehe dich gleich da. I'll be back.